so ich habe jetzt spione bauen den zirkus bis mehr das glaube ich ganz ein bisschen mehr zufriedenheit tut glaube ich ganz gut große wegen militär der sollte chillen bis ich irgendwann mal wieder mit dem typ mir offene grenzen habe der ist auch freundlich the a stadtverbindung eingerichtet perfekt Was macht das Militär hier? Hast du jetzt etwa vor mich anzugreifen? Ich will eigentlich nicht mit dir Krieg führen. Ich hab nur mein Militär hier. Weil ich mit dem Typ mir Krieg führen will. Hm. Ähm, ja. Geh mal dafür. Hm. Baumwollplantagen. Aber ich will an dieses fruchtbare Land hier rankommen. Außerdem, wenn ich das hier erobert habe, ja, wenn ich das hier erobert habe, so bin ich auch deutlich stärker, sodass ich mir dann, wenn die Zeit gekommen ist, das hier holen kann. Und dann reicht mein Reich von der Atlantikküste bis nach Indien. Ein gigantisches Reich. mohahaha. Äh, ja. So, das ist der Plan. Schauen wir mal, ob's hinhaut. Ähm. Da. da. Ah ja, hey, die Trieböcke sind angekommen. Oh, nächste Runde. Neue Politik. Neue Politik. Ne. Ich belege gerade, für was ich noch gehe. Vermutlich werde ich aber erstmal Tradition weiterführen. Ne, äh, nicht Tradition. Tradition hat hier abgeschlossen, aber entweder Ehre oder Unabhängigkeit. Wo, die Platte. Ähm. Neue Politik. Salz, ähm. Salz? Haben wir? Eine Runde nur. Perfekt. Oder eine Runde nur noch. Eine Bauenhof. Nächste Runde. So. So. Ägypten. Noch scheint er den Braten nicht zu riechen. Ja, von mir aus. Solange du mich nicht wieder überfällst. Vancouver sucht neues Naturwunder. Ur sucht Wissenschaft. Werd ich leider nicht der Richtige sein. Gerichtsgebäude. Außerdem würde ich sowieso mal... So. Diese Stadt hier, das ist ein asyrischer Name. Aber wir brauchen... Was besseres nach... Nienweh nennen wir... Wie nennen wir die Stadt? Könnten sie halt so... Typischen Namen einer deutschen Stadt nennen. Wir nennen diese Stadt... Neustadt. Neu... Neu... Stadt. Oder Altstadt. Irgendwie so. Neukölln. Neu... Köln. Neu... Annehmen. Neu... 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 Oh, Hauptsache, der spawnt dort. Naja, wird schon passen. Kann ich den irgendwie modernisieren, Faustkeil? Nicht? Dann soll er hier warten. Vorheriger Weg, Kabul. Ja. Nächste Runde. Oh, jetzt. Finally. Ich muss mal in Spionage gucken, was ich da jetzt so machen kann. Jetzt, wo der dort sich eingerichtet hat. Und ich sehe, was da los ist. Der hat da ernsthaft noch einen Krieger? Scheint nicht besonders kriegerisch zu sein. Auf jeden Fall werde ich in dieses Reich einfallen. Interessant, dass der hier was hier in der Stadt gebaut hat. Hä, juckt mich weh. Die wohlgenährtesten... Ja, das wundert mich wenig. Ah, ich bin halt nur noch... Es sind vier Leute über mir. Das darf nicht sein. Und ich bin halt nur noch... Es sind... Ich bin halt nur noch... So, endlich mal eine Moschee gebaut. Da ist sie, die Galeasse. Ich bin dann der kompletten Auslöscher. Oh, Ritter. Ägyptens interessiert. Ich will dieses gesamte Land haben. Alles. Äh, never mind. Never mind. Der gibt mir zehn Runden Zeit zur Vorbereitung. Okay, Planänderung. Ich kann nur mit meinen Galeassen da nicht so viel anfangen. Leider. Zehn Runden Zeit zur Vorbereitung. Okay. Ähm, ich glaube, mein restliches Militär lasse ich da, wo es aktuell ist. Zehn Runden Zeit. Ich muss bis nach Vladivostok. Und das wird ja nicht schwer. Ich muss ja, ich gehe am besten hier rum. Jo. Zieh mein ganzes Militär wieder dorthin. Okay. So können sich Pläne ändern. Ja, so viel werde ich sowieso nicht machen. Ich werde mir Vladivostok holen und einen schönen Friedensvertrag aushandeln. Ich werde mir halt noch weitere Städte holen. Eben weiter expandieren. Was bauen wir hier da mal? Bauen wir einen Schrein. Kauf. Gibt es hier schon eine Moschee? Ja, hier gibt es scheinbar schon eine Moschee. Gut. Und, ähm. By the way. Okay. Wie. Wie.